Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 11. März 2024. Ja, und unser DAX hat am Freitag hier einen kleinen Bion ans Ruder bekommen. Die Bären haben das Partyboot noch ein bisschen rumgedreht und unseren DAX hier zurückgeschickt in die Rücklaufzone. Wir hatten gesagt, dass er zwei Rücklaufstationen hätte, die jetzt relevant sind. Das ist einmal die 820, 800 gewesen und die 750 und wir haben beide erreicht. Und natürlich hat er jetzt das gemacht, was ich nicht so gerne sehen wollte. Warum wollte ich das nicht gerne sehen? Hatten wir im letzten Video gesagt, wenn er die 750 zum Freitag erreicht, wird es eine schwierigere Ausgangslage für den Montag. Trotz, dass es ja so eine schöne Marke ist, mit der man viel arbeiten kann, aber auf einem Freitag eben ein bisschen ungünstig ist, weil es einfach Verunsicherung reinbringt. Die Tatsache, dass wir so sauber abgelaufen sind in der Reaktion, spricht eher bullische Züge. Also sowohl die 800 als auch die 57 wurden sehr klar und deutlich gut angenommen, was eine Reaktion nach oben jetzt ermöglichen würde. Das heißt, drückt uns unseren DAX nach oben, über eine 800 drüber. Wäre das zum, ich sag mal kurz nach dem Xetra-Start gar nicht ungewöhnlich. Wichtig ist dann aber auch, dass er vermutlich dort erstmal wieder nach unten zuckt und am besten, falls keine neuen Tagestiefs danach mehr macht. Sondern, wenn er kurz zurückzuckt, vielleicht maximal einen Gap zu macht, falls er eins aufmacht und dann sich wieder hochdrückt und auch so nach 9.30 Uhr, nach 10 Uhr neue Tagestiefs über 800 generiert, kriegt er das hin, ist der Rücklauf beendet. Der Rücklauf auf Ausbruchsniveau, auf die oberen drei Hochpunkte, die wir hier liegen haben und der Markt steigt wieder hoch, steigt zu 8.80, steigt höher Richtung 9.10, 9.20 und 9.80. Sollte er tiefer gehen, wird es komplizierter. Wir haben im nächsten Bereich, haben wir um 37, 700 nochmal was und dann kannst du wirklich schon wieder 600, 6.30 anzählen und dann wird es kompliziert hier unten am Tief, weil wir hier auch wieder zwei Szenarien kriegen und dann merkt ihr schon, er hat sich für eine Variante entschieden, die so, naja, Verunsicherung bringt. Genauso wie wir es eigentlich vorher gesagt haben. Also, wenn er runter geht, dass er dann auch die Tageskarte zur Stiefschule ist, haben wir genau alles so bekommen, auch wenn ich es eigentlich nicht hätte oder haben wollte. Aber wie auch schon am Freitag gesagt, kann man sich das eben nicht immer aussuchen. Er spielt halt einfach seine Muster immer wieder ab, die er immer hat und das ist eben nur eines gewesen, Rücklauf voll ausgefahren. Rücklauf voll ausgefahren heißt entweder, dreht sich jetzt wieder hoch oder er drückt uns jetzt hier komplett durch und dann geht es vermutlich sogar unter dieses Tief, um eben hier dann die nächsten zwei Szenarien in die Wege zu leiten und zwar entweder einmal Stop-Loss holen von allen, die hier überhebelnden drin sind, um dann wieder ein bisschen beschleunigter anzusteigen oder Trendumkehr. Trendumkehr würde dann heißen, er sticht hier drunter, zuckt kurz nach oben und fällt uns dann Richtung 17,1,30. Dafür ist es aber noch zu früh, dafür müsste man angucken, was passiert hier an einem neuen Tief und dafür müsste erstmal auch hier weiter fallen und deutlich auch unter eine 700 am Montag gehen. Wie kann man das für sich nutzen? Das ist immer das, wo die meisten dann dran scheitern, auch wenn das mit den Szenarien und den Denkweisen ja relativ gut klappt. Man kann das für sich nutzen, indem man einfach guckt, wie reagiert er denn nach Xetra-Start. Gar nicht unbedingt 8 Uhr schon drin rumfuchtet, ja. Indem man wartet, wie ist der Xetra-Start, wie verhält er sich nach 39, nach 10 Uhr? Kommt er dort über den 800 drüber, wäre das für mich ein Grund eher long zu suchen. Sollte er ein neues Tagestief setzen, nachdem er sich von 800, 820 abgestoßen hat, könnte man sogar short probieren, rein in die 37, 700, dort vielleicht den Teil erstmal wieder mitnehmen und versuchen mit dem Rest hier unten auf ein neues Tief hinzutraden. Ja, weil spült es sich nach unten durch, wäre das für den Montag das Ziel und der Rest wird dann eher samt Dienstag passieren. Das heißt, wir können uns dann morgen nochmal in Ruhe drüber unterhalten, wie reagieren wir oder wie gehen wir jetzt damit um, dass hier ein neues Tief gerissen ist. Das wäre ja das negativste Szenario für den Montag, was auch aus dem Tagesschart her jetzt ableitbar ist, eben durch die rote Tagesschart. Allerdings ist die eben auch deutlich kleiner wie die grüne. Das spreche wieder für den Rücklauf. Und von daher, denke ich, kann man es sehr, sehr, sehr gut jetzt dran ausmachen, wie kommt unser DAX hoch, wie reagiert er vielleicht mit den 800, generiert er neue Tiefs, wie verhält es sich nach 39 und damit sollte man über den Montag ziemlich gut zurechtkommen. Ja, zumindest auf Basis der Analyse und den Szenarien, die wir dafür legen. Und das weitere, das überwiegendere, Trendumkehr oder nicht, müsste man hier jetzt einfach vertagen. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir Stand jetzt erst mal davon ausgehen müssen, dass der Aufwärtstrend noch intakt ist, dass nur ein Rücklauf war und er weiter hoch geht. Das wäre die Konsequenz daraus. Ja, weil wir noch kein Umkehrsignal hier bestätigen können. Verstanden? Gut. Wahrscheinlich nicht die einfachste Analyse, aber das habe ich schon zum Freitag befürchtet, deswegen wollte ich es ungern haben, dass er die 57 zum Freitag noch anspielt. Das macht das für den Montag halt einfach ein bisschen komplizierter. Aber kriegt ihr hin, seid alle nicht auf den Kopf gefallen. und macht was draus. Ja, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.